Guten Morgen, Jenny hier. Ihr schaut den Einmischen-Podcast, hier wird Politik betreut. Und wenn ihr die heutige Folge unterstützen wollt, liked, teilt und abonniert diesen YouTube-Kanal. Andere Möglichkeiten findet ihr in Shownotes, Steady, PayPal-Überweisung oder meine allseits beliebte Wunschliste gefüllt mit Büchern und Dingen, die wirklich Spaß machen. Und in diesem Sinne entlasse ich euch in die heutige Folge. Habt viel Spaß, gebt mir Feedback, kommentiert. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald. Du hattest auch schon mal meine Kollegin dabei, Volker Heinz und Frank Wolf, glaube ich, oder? Ja, genau. Die waren toll. Die Folge war toll. Die gefällt mir. Ich bin gerade dabei, die auch immer mal zu pushen, wegen der Aktualität bezüglich auch der Migrationspolitik, nicht nur in Deutschland, sondern praktisch in ganz Europa. Ja. Und da fällt es mir immer wieder auf, wie gut dieses Buch ist und wie gut das Gespräch dazu passt, was hier gerade alles abgeht. Ja. Total reingestolpert in diese Folge. Also erstmal guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt mich und meinen Gast jetzt schon ein bisschen plänkeln gehört. Und bevor wir weiter plänkeln, stelle ich ihn mal kurz vor. Er ist Rechts- und Politikwissenschaftler sowie Professor für Soziales Recht der Sozialen Arbeit an der Hochschule Rhein-Main. Zuletzt erschien seine Untersuchung im Rechtsstaat 2022 über die Untersuchungsausschüsse zur NSU-Mordserie. Sein aktuelles Buch heißt Law statt Order. Der Kampf um den Rechtsstaat erschienen im Surkamp Verlag. Dort sowohl in digitaler als auch analoger Form zu erhalten. Ihr findet das Buch natürlich in den Shownotes. Also erstmal hallo Maximilian Pichl. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, zuletzt hatte ich deine Kollegen hier. Wir haben darüber gesprochen, was es mit einer Gesellschaft macht, die sich hinter Mauern sozusagen einmauert. Vielleicht kannst du ja mal erläutern, wie man das rechtsstaatlich so macht, sich hinter Mauern zu verschanzen. Ja, also ich glaube, und das zeigt ja auch schon so ein bisschen das ganze Problem dieser Rechtsstaatlichkeitsdebatte. Wenn wir in der Öffentlichkeit auf das Thema Rechtsstaatlichkeit blicken, da haben wir in den letzten Jahren sehr viel geschaut nach Ungarn, nach Polen, wo es ganz offensichtlich einen massiven Abbau von Rechtsstaatlichkeit gab und gibt. Und es auch ganz schwierig ist, diesen Abbau wieder rückgängig zu machen. Das können wir jetzt sehen seit dem Wahlerfolg der liberalen Koalition, die sich da auch sehr schwer tut. Wir schauen aber oder wir diskutieren das Thema der Grenzpolitik gar nicht so oft um so einer rechtsstaatlichen Frage. Ja, sondern es geht oft um die Frage der Steuerung der Migration. Ist das vielleicht irgendwie humanitär? Aber wir können, glaube ich, seit sehr vielen Jahren sehen, dass wir auch eine systematische Rechtsstaatlichkeitskrise an den europäischen Grenzen haben. Und da geht es eben immer um die Frage, hat jeder Mensch eigentlich einen Anspruch und die Möglichkeit, in einem Verfahren sich auch dagegen zu wehren, wie mit ihm oder ihr umgegangen wird seitens des Staates? Und der Staat ist dabei eben auch an Rechte gebunden. Und das ist eigentlich ein Kern von Rechtsstaatlichkeit. Anders, du beginnst ja dein Buch unter anderem auch mit einer schönen Grafik über Debatten im Deutschen Bundestag und wie oft der Rechtsstaatsbegriff mittlerweile so fällt. Und da sieht man ganz deutlich, so ab 2010 und dann sprunghaft ab 2015 fällt der Rechtsstaatsbegriff in diesen Reden doch erheblich öfters. Woran liegt das? Also ist es diese empfundene, von Politikern empfundene und von Medien vielleicht auch so ein bisschen verbreitete Idee von Kontrollverlust und wir müssen jetzt mal die Kontrolle zurückgewinnen und deswegen müssen wir über den Rechtsstaat reden? Genau, ich habe hier gerade so ein bisschen skizziert, was ich unter Rechtsstaat verstehe oder was eigentlich auch der Sinngehalt des Rechtsstaats ist. Und wenn wir in diese Debatten reinschauen im Deutschen Bundestag, vor allen Dingen seit 2015, da fällt dieser Begriff auf einmal extrem inflationär. Aber er fällt ganz oft im Zusammenhang mit Abschiebungen beispielsweise, dass gesagt wird, wir müssen jetzt Abschiebungen endlich mal durchsetzen. Es fällt ganz oft im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Skandal, der vermeintliche BAMF-Skandal, der 2018 bundesweit große Erregungen produziert hat und am Ende hat sich herausgestellt, da war nicht so viel dran, ja, an dem angeblichen Durchwinken von Asylanträgen bei der Bremer BAMF-Behörde. Aber da hat insbesondere die FDP, und das ist ja das Interessante, die FDP ist eine klassische Bürgerrechtspartei von der Tradition her, die sehr genau wissen müsste, um was es bei Rechtsstaatlichkeit geht. Die hat immer diese Fragen der Migrations- und Flüchtlingspolitik unter diesem Framing des Rechtsstaates immer sehr stark in den Bundestag eingebracht. Aber immer sozusagen mit dem Tenor, jetzt muss sich das Recht mehr durchsetzen, der Rechtsstaat muss sich durchsetzen bei Abschiebungen. Und da geht es dann aber darum, dass dieser Begriff auf einmal verwendet wird, um ein rigoroses Vorgehen der Behörden gegenüber Menschen zu rechtfertigen. Dass sie schneller und leichter abgeschoben werden sollen, dass stärker auch in ihre Freiheitsrechte eingegriffen werden soll, beispielsweise bei der Durchsuchung von Unterkünften, wo sie wohnen. Und in diesem Zusammenhang fällt ganz oft auf einmal der Begriff des Rechtsstaates. Das ist schon sehr auffällig, dass das seit 2015 so massiv passiert. Und es ist ja auch interessant, wenn man sich diese Grafik mal anguckt, es gab immer mal Phasen, wo viel über Rechtsstaatlichkeit gesprochen wurde, auch im Bundestag. Was ja nicht verwunderlich ist, ich meine, ist die Legislative. Die machen die Gesetze. Die sollten sich öfters mal mit dem Begriff des Rechtsstaates beschäftigen und auch darüber debattieren. Also nicht verwunderlich. Aber es gibt immer mal so ein Hoch und Runter. In den 70er Jahren war es öfters mal Thema. Es könnte mit der ARF und dem Deutschen Herbst zu tun haben. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Und dann auch wieder in den 90er Jahren. Anfang der 90er Jahre, ich glaube, da gab es einen Krieg in Europa. Entsprechend ebenfalls eine Migrations- bzw. eine Fluchtbewegung. Und es scheint mir, dass auf der einen Seite es viel über Rechtsstaat geredet wird, wenn der Rechtsstaat tatsächlich in Gefahr gerät durch einen Angriff von innen oder von außen. Und wenn es zum Thema Migration kommt. Wobei ich dann wieder dabei bin, dass Politiker das als eine Art Angriff von außen sehen. Als jedenfalls populistisch dazu machen. Aber es ist kein Vergleich, wirklich diese Grafik, diese Nennung des Begriffs zu jeglicher Phase der Deutschen Bundesrepublik davor. Also wirklich ab 2000 geht es wirklich durch die Decke. Rechtsstaat, Rechtsstaat, Rechtsstaat. Und was mich ja dabei auch interessiert ist, für wen ist denn der Rechtsstaat da? Also du hast ja schon angedeutet, Rechte, Bürgerrechte hat nicht jeder. Aber Menschenrechte doch schon. Und im Grundgesetz werden bestimmte Jedermannrechte auch definiert. Also die stehen nicht nur Bürgern zu, die stehen allen zu, die sich auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik aufhalten. Versucht man in der aktuellen Rechtsstaat-Law-and-Order-Debatte diesen Aspekt von Recht des Einzelnen, also auch in diesem Rechtsstaat, irgendwie beiseite zu schieben oder zu ignorieren? Ja, ich glaube schon. Also ich beschreibe in meinem Buch, dass diese Geschichte des Rechtsstaates, das ist eine eigentlich noch recht junge Geschichte, ja. 250 Jahre, ja, beginnt mit der Aufklärungsphilosophie, der Emanzipation des Bürgertums. Und in dieser Geschichte gab es immer wieder Ein- und Ausschlüsse in das europäische Rechtsstaatsprojekt. Mit Kontinuitäten bis heute in unterschiedlichen Nuancen. Vom Rechtsstaat ganz am Anfang, da haben nicht alle profitiert. Sondern das waren am Anfang vor allen Dingen Eigentumsbesitzende, weiße Männer, die ihre Freiheitssphäre schützen konnten gegenüber dem neuen mächtigen Staat, der mit Beamten und Polizei ausgestattet war. Und da ging es ganz viel um den Eigentumsschutz ganz am Anfang der Rechtsstaatsdebatten. Aber es ging auch immer darum, dass der Staat eben nicht alles machen darf. Der darf eben nicht einfach willkürlich in die Freiheitsrechte eingreifen. Und da steckte doch schon so auch eine Idee dahinter, die über dieses reine Eigentumsrecht hinausging. Aber viele gesellschaftliche Gruppen, die mussten sich diesen Zugang zum Rechtsstaat überhaupt erst erkämpfen. Also die Frauenbewegung beispielsweise, die sich das Recht auch erkämpfen musste, auch vom Staat geschützt zu werden. Ja, bis hinein in die privaten Verhältnisse, wenn es um beispielsweise eben auch Vergewaltigung in der Ehe geht. Arbeiterinnen mussten sich den Zugang zum Rechtsstaat erkennen, dass sie eben auch vor Gericht mit Arbeitsschutzgesetzen beispielsweise die Möglichkeit haben, ihre Rechte beispielsweise auf Streik zu schützen. Das sind ja alles nicht Rechte, die sind vom Himmel gefallen, sondern die mussten eben auch hart erkämpft werden. Und wir können auch immer sehen, dass der Rechtsstaat auch immer sich so nach außen abgeschottet hat. Das, was du auch gesagt hast, ja, so der Angriff von außen, das können wir sehen, dass im 19. Jahrhundert der Rechtsstaat, den gab es in den Kolonien beispielsweise überhaupt nicht. Ja, da herrschte eine Allmacht der Verwaltung. Und die Kolonisierten, die hatten keine Möglichkeit, irgendwie rechtsstaatlich die Kolonialmacht einzuhegen. Und diese Kontinuitätslinie, die sehen wir bis heute, glaube ich, eben auch in der europäischen Migrationspolitik, dass der Rechtsstaat oft an den Grenzen Europas endet oder versucht wird, ihn dort enden zu lassen und versucht halt Menschen davon abzuhalten, ja, in sozusagen den Anwendungsbereich des Rechtsstaates hineinzukommen. Ja, aber die, also siehst du, also ich weiß aus deinem Buch heraus, dass du darin ein Problem siehst. Aber was ich halt nicht verstehe, ist die Tatsache, dass wir halt ein Grundgesetz haben und darüber sogar noch die Europäische Union, die ja auch nicht nur ihre eigenen Rechte und Gesetze hat, sondern wir haben auch einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und der legt noch viel liberaler Menschenrechte aus. Und die gelten ja auch schon an der europäischen Grenze. Ja, deswegen ich mich halt immer frage, wie schafft man es, das völlig zu ignorieren, so als Institution, also dass grundsätzlich alle Bürger und Menschen in der Europäischen Union nicht immer darauf achten, was so an den Grenzen passiert, ist mir schon klar. Aber die Institutionen, die dafür verantwortlich sind, dass Recht und Gesetz eingehalten werden, weil es geht ja hier um Law and Order, ja. Wie rechtfertigt man das, dass man, ja, also das Recht bricht, indem man es ignoriert? Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, wo Menschenrechte und der Rechtsstaat sehr fundamental in Frage stehen. Und interessanterweise, und ich glaube, das ist die große Gefahr, jetzt nicht nur von der Extremrechten, sondern auch sozusagen aus der, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, gesellschaftlichen Mitte heraus, ja. Also auch sozusagen aus konservativen bis hinein sozialdemokratische Parteien gibt es auch irgendwie eine Aufweichung, ja, an der Orientierung an Menschenrechten und am Rechtsstaat. Ich würde auch sagen, ob der Rechtsstaat an den Grenzen gilt, ob da alle Menschen gleichberechtigten Zugang haben, das ist ja durchaus umstritten. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Urteile gefällt, die ich auch kritisch sehen würde, beispielsweise, in dem teilweise Pushbacks an der spanisch-marokkanischen Grenze legalisiert wurden. Und das ist meines Erachtens fernab von Rechtsstaatlichkeit. Und das passiert aber oft auch aufgrund von politischem Druck, auch auf die Gerichte. Gerichte entscheiden ja nicht irgendwie kontextlos im freischwebenden Raum, sondern die sind auch beeinflusst von gesellschaftlichen Debatten. Und wir erleben in den letzten Jahren eine offene Infragestellung auch dieser Konventionen. Ganz offen natürlich aus Ungarn, ja, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, aber auch der Europäische Gerichtshof immer wieder angegriffen werden. Wir erleben es in Großbritannien, wo die britische Regierung mit den Tories ganz offen sagt, wenn wir unser Ruanda-Modell mit der Abschiebung von Menschen nach Ruanda nicht durchsetzen können, weil irgendwelche internationalen Gerichte uns das verbieten, dann treten wir halt aus, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. In Österreich, ja, wo Herbert Kickl von der FPÖ sagt, das Recht soll der Politik folgen. Ja, da sehen wir auch schon so eine Aufweichung. Aber das geht hinein bis in die eben vermeintliche Mitte, wenn auch jemand wie Jens Spahn aus den Unionsparteien sagt, naja, ob die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention heute noch so aktuell sind, ja, da müsste man vielleicht ein Fragezeichen setzen. Und das Ganze passiert, weil dann immer gesagt wird, ja, es gibt diesen Ordnungsverlust, es gibt diesen Kontrollverlust angeblich. Die Menschen wollen nicht, ja, dass hier beispielsweise Menschen fliehen können und dann Europaschutz bekommen. Und dann wird auch manchmal eben so eine Volk gegen Recht, ja, so ein Volk gegen Recht Populismus oder Dualismus aufgemacht. Und damit wird auch suggeriert, als ob das Recht überhaupt nicht ordnen würde. Ja, und ich würde ja durchaus sagen, Recht hat auch eine Ordnungsfunktion. Ja, also diese ganzen Konventionen, diese Menschenrechte, diese Grundrechte, der europäische Rechtsstaat, der entsteht ja aus einer Situation der totalen Zerstörung und des Chaos in Europa nach der national-totalistischen Unrechtsherrschaft. Und das Recht hatte da eigentlich eine Ordnungsfunktion. Ja, wieder sozusagen dafür zu sorgen, dass der Staat gebunden ist an das Recht, eben nicht willkürlich handeln darf. Ja, und deswegen ist da durchaus auch Order schon mit drin. Aber anders, als das die Law-and-Order-Apologietinnen immer meinen. Ich komme gleich zum Thema Weimarer Republik und was wir da vielleicht für Vorurteile haben bezüglich des angeblich schwachen Rechtsstaates. Und wie wir dann gesehen haben, was die Nazis aus diesem Rechtsstaat gemacht haben und wie wir vielleicht jetzt in dem modernen Rechtsstaat gelandet sind, wie wir ihn wir haben. Aber ich möchte nochmal zum Ton der Debatte in der Jetzt-Zeit kommen, weil da gibt es einen schönen Abschnitt aus deinem Buch. Das lese ich mal kurz vor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD, stellt sich nach den Jugendkrawallen in Stuttgart während des Pandemiesommers 2020 demonstrativ hinter die Polizei. Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität müssen mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgt und bestraft werden. Carsten Knopp, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fordert, zum Schutz der Polizei die volle Härte des Rechtsstaates, der das Gewaltmonopol hat, am besten in Kombination mit schärferen Gesetzen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, brachte die Härte des Rechtsstaates gegen Flüchtlinge in Anschlag, die alkoholisiert und prügelnd durch Amberg gelaufen sein sollen. Die volle Härte des Rechtsstaates verlangte Ex-Innenminister Horst Seehofer, ebenfalls CSU, gegen Demonstranten, die antisemitische Parolen rufen. In einem Kommentar für den Sender Deutsche Welle fordert der Journalist Tobias Oehlmeier, allen Ernstes Fußballfans, die den TSG-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp angefeindet hatten, sollten mit der vollen Härte des Rechtsstaates vor Gericht gestellt und ins Gefängnis gebracht werden. Hier ein kleiner Einschub, das steht jetzt nicht in dem Buch. Ich bin auch ein bisschen in der Fußball-Podcast-Bubble. Die drehen immer total frei, wenn solche Forderungen kommen, und zwar zu Recht, weil sie durchaus schon sehr, sehr unter den Gewaltmonopol des Staates doch zu leiden haben, weil Fußballfans, vor allem so Hardcore-Fußballfans, müssen sich wirklich viel gefallen lassen und sind bei weitem nicht so gewalttätig, wie das manchmal dargestellt wird. So, weiter dann im Text. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, beschwor bei zahlreichen Gelegenheiten die Härte des Rechtsstaats, etwa gegen rücksichtslose Autofahrer, Reichsbürger oder organisierte Kriminalität. Auch in der liberalen FDP findet diese Rhetorik Anklang, wenn beispielsweise Generalsekretär Bijan Jir Sarai anlässlich der Blockadeaktionen von Klimaaktivistinnen am Berliner Flughafen BER in der Presse verlautbaren lässt, dass Protestaktionen dieser Art vollkommen illegitim sind und die volle Härte des Rechtsstaates greifen müsse. erst mal, Protestaktionen an sich sind natürlich nicht illegitim. Die Form des Protests kann unter bestimmten Umständen strafrechtliche Konsequenzen haben. Aber das entscheidet ja dann ein Gericht. Aber es ist immer schön, wenn der Generalsekretär einer Partei, die in einer Regierungsverantwortung ist, meint, definieren zu müssen, was illegitim ist und was nicht. Was heißt denn eigentlich volle Härte des Rechtsstaates? Ich bin ja nur Politikwissenschaftlerin und nicht Juristin, aber ich weiß, du bist auch Rechtswissenschaftler. Also was muss ich mir denn unter der vollen Härte des Rechtsstaates vorstellen? Ja, an dieser Textstelle, die du jetzt vorgelesen hast, sieht man ja, nach dieser vollen Härte des Rechtsstaates wird parteiübergreifend verlangt. Ja, das ist nicht nur aus einer politischen Richtung, sondern aus allen wird das sozusagen in der Öffentlichkeit immer wieder mobilisiert als so ein Framing. Und ich glaube, was die, oder es ist ganz klar, was die Akteurinnen da meinen, das meint jetzt nicht das, was ich vorhin als Rechtsstaatlichkeit beschrieben habe. Ja, die Bindung der Polizei oder des Gewaltmonopols an Recht und Gesetz. Sondern was da ja gemeint ist, ist härtere Strafen, ja, Gefängnisstrafen, mehr Polizei, härtere Strafgesetze. Und da wird, glaube ich, und deswegen, da will ich schon sehr stark zur Differenzierung beitragen, das ist einerseits natürlich eine populistische Kraftmeierei, ja, weil man irgendwie nach solchen Vorfällen ein schnelles Zitat irgendwie in die Presse posauen möchte, weil man da irgendwie Handlungsbereitschaft des Staates demonstrieren möchte. Und dann greift man aber auf diesen Begriff des Rechtsstaates zurück, weil wenn man jetzt sagen würde, wenn jetzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagen würde, ich verlange jetzt aber hier einen härteren, robusten Einsatz der Polizei, das liest sich natürlich nicht so schön, wie wenn man sagen würde, ich möchte hier, dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird. Da würde ja das gesamte Publikum sagen, ja, also wenn der Rechtsstaat durchgesetzt werden soll, was soll ich dagegen haben? Das ist ja was Gutes. Ja, und ich glaube schon, es gibt da so einen Unterschied, es gibt Akteuren, die setzen diesen Begriff sehr bewusst ein, strategisch ein, in solchen Debatten, obwohl sie eigentlich was ganz anderes meinen, aber sie machen das eben, um auch anschlussfähiger zu sein mit ihren Forderungen. Es gibt aber auch Akteurinnen, wo ich sagen würde, die benutzen den Begriff auch undifferenziert und unreflektiert. Und das hat etwas damit zu tun, dass dieser Begriff des Rechtsstaates mittlerweile schon so ganz normalisiert als Law and Order oder gleichbedeutend mit der Polizei und den Strafgesetzen verwendet wird. Aber eigentlich müsste man ja sagen, bei all diesen Aspekten, die da genannt worden sind, wenn es da eigentlich um die volle Herze des Rechtsstaates im eigentlichen Sinne gehen würde, dann würde es ja darum gehen, dass die Klimaschützerinnen auf der Straße dann die Möglichkeit haben, gegen ein polizeiliches Eingreifen vor Gericht vorzugehen. Dass dann eben beispielsweise während der Corona-Pandemie als die Jugendlichen randaliert haben und es da eben besonders trakonische Strafen auch am Anfang gab, dass dann eben auch mit Anwältinnen gesagt wird, hier, wir müssen die Justiz auch mal ein bisschen in die Schranken weisen, dass sie sich an Recht und Gesetz hält und jetzt nicht hier exzessive Strafurteile fällt. Also das wäre eigentlich meines Erachtens das, wo es dann um den Rechtsstaat gehen würde, aber er wird eben extrem repressiv verwendet in all den Zitaten, die du vorgelesen hast. Wie wichtig ist für einen funktionierenden, guten Rechtsstaat eigentlich ein schnelles Gerichtsverfahren? Ja, das wird ja immer sehr gerne gesagt, gell? Schnelle Gerichtsverfahren, die sollen dann irgendwie Gerechtigkeit bringen oder eben, ja, Straflust auch in der Bevölkerung abmildern. Wir erinnern uns vielleicht an diese Debatte, als letztes Jahr 2023 in den Schwimmbädern es zu Krawallen kam und dann haben auf einmal Politikerinnen gefordert, wir brauchen jetzt Schnellgerichte. Aburteilung der Schwimmbad-Rowdys am gleichen Tag. Die sollen sofort die Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen. Und ich würde sagen, Schnelligkeit, ja, ist jetzt nicht unbedingt das absolut kennzeichnende Merkmal des Rechtsstaates, sondern Rechtsstaatlichkeit, ein rechtsstaatliches Verfahren meint auch, dass man sich Zeit nimmt, auch fern von politischem Druck, sich Zeit nimmt, um einen Sachverhalt nach allen Gesichtspunkten zu bewerten und dann eine Entscheidung herbeizuführen. Und das kann eben auch Zeit in Anspruch nehmen und vielleicht mehr Zeit als Politikerinnen das dann gerne hätten. Ja, um dann irgendwie Schnellhandlungsbereitschaft zu zeigen. Aber die Mühlen der Justiz, die mahlen nicht umsonst manchmal lange, weil man eben von unterschiedlichen Seiten sich die Sache anschauen will. Zugleich aber, Beschleunigung ist da notwendig, wo der Staat strafend vorgeht. Ja, also man darf jetzt auch nicht Leute einfach so monatelang in Untersuchungshaft einknasten, ohne irgendwelche Gründe zu liefern. Der Staat ist dann, wenn er in die Rechte wirklich eingreift von Menschen, natürlich auch dazu verpflichtet, das so zu tun, dass die Rechtseinschränkung möglichst kurz gehalten wird. Aber das meinen die Leute ja nicht, wenn die nach schnellen Gerichtsverfahren verlangen. Die wollen immer nur dank schnelle Gerichtsverfahren, wenn schnell abgeurteilt werden soll. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem für die Debatte. Gerichtsurteile an einem Tag finde ich auch irgendwie gruselig. Es gab eine Fußball-WM in Südafrika 2010 und man hat extra für diese WM so eine Art Kangaroo Court eingeführt. Ja, also tatsächlich Bestrafung und Urteil innerhalb von 24 Stunden, weil die FIFA unbedingt darauf bestanden hat zur Herstellung von öffentlicher Sicherheit der Fußballfans, die denn da alle nach Südafrika anreisen. Und das war natürlich eine große Missachtung von Rechtsstaatlichkeit. Also erstmal dazu, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sich auch viel auch zu Recht beschwert wird, wie lange Verfahren in Deutschland dauern. Und da habe ich mal einen Artikel aus der FAZ vom Februar 2023 rausgesucht. Da beschwert sich nämlich der Richterbund, dass in Deutschland mehr als 1000 Richter und Staatsanwälte fehlen. Die anstehende Pensionierung führen laut DRB dazu, dass bundesweit bis zum Ende des Jahrzehnts rund 40 Prozent aller Richter und Staatsanwälte die Justiz verlassen würden. In Ostdeutschland handelt es sich sogar um mehr als die Hälfte aller Juristen. In einer repräsentativen Umfrage gaben demnach 78 Prozent der befragten Richter und Staatsanwälte an, dass Verfahren in Deutschland häufig zu lange dauern. Im Jahr 2013 hatten dies noch 56 Prozent angegeben. 92 Prozent der befragten Staatsanwälte und 78 Prozent der Richter sehen demnach Personallücken in ihren Dienststellen. Also überall fehlt Personal. Das hat Folgen für die Dauer von Gerichtsverfahren und dann entsprechend natürlich auch für das Empfinden von Rechtsstaatswirkung der Betroffenen. Also was bedeutet das eigentlich für den Rechtsstaat, wenn kein Personal mehr da ist? Ja, also es gab ja mal vor ein paar Jahren... Und an der Stelle noch, an der Stelle noch, warum wird darüber nicht in der Politik geredet? Es wird ja durchaus in der Politik drüber geredet. Es gab vor ein paar Jahren diese Vereinbarung, den Pakt für den Rechtsstaat hieß das so schön. Der Pakt für den Rechtsstaat zwischen Bund und Ländern. Und das ist aber interessant, wenn man sich anschaut, was steht da drin? Da steht auf der einen Seite drin die Behebung des Problems, das du gerade angesprochen hast. Man möchte mehr Leute für die Justiz gewinnen und da mehr Stellen schaffen. Man will aber auch zugleich mehr Stellen bei der Polizei schaffen. Da würde ich jetzt nur ganz kurz sagen, ja, das ist halt wieder eine Vermengung. Also ich würde jetzt nicht sagen, per se, Pakt für den Rechtsstaat bedeutet dann Aufwertung des Polizeiapparates, ja. Sondern wie gesagt, der Rechtsstaat ist auch dafür, da die Polizei in die Schranken zu weisen. Aber dieser ganze Bereich der Justiz, da haben wir natürlich ein Defizit. Und ein Rechtsstaat, der auch funktioniert, der auch die Rechte schützen soll, ja, von Menschen, der wird dann natürlich defizitär, wenn es niemanden mehr gibt, der das tut. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Und es gibt da, glaube ich, so ganz viele Probleme, die damit einhergehen. Denn auf der einen Seite ist die Justiz durchaus einem gewissen Beschleunigungsdruck ausgesetzt. Also es gab vor ein paar Jahren auch durch Unternehmensberatungen angefacht, so eine Beratung der Justiz. Und es gibt so ein System, das nennt sich Pepsi. Und da werden dann in diesem Pepsi-System wird so ein bisschen gesagt, hier für so einen Fall darf der Richterin, die Richter, so viel Zeit dafür in Anspruch nehmen. Und dann wird natürlich so ein bisschen nach innen evaluiert, wie schnell werden diese Fälle abgearbeitet, wie schnell kriegt man die Akten abgearbeitet. Nun ja, wenn man weniger Leute hat, die das machen, steigt der Bewältigungsdruck auf den die einzelne Richterin, dann würde ich schon sagen, da gibt es ein rechtsstaatliches Problem, weil nicht mehr ganz genau auf den Fall geguckt wird. Und ein genaues Nachschauen auf den Fall, eine genaue Überprüfung kann ja durchaus nach hinten heraus auch wieder Zeit ersparen, weil man dann nicht durch den ganzen Instanzenzug auf einmal gehen muss, weil vielleicht Fälle besser abgearbeitet worden sind. Also das ist definitiv natürlich ein Problem auf der Ebene der Justiz. Aber wie gesagt, ich will auch davor warnen, zu glauben, dass eine reine Beschleunigung ja jetzt immer im Interesse des Rechtsstaates ist. Ja, das sind immer so diese Erwartungshaltungen, die von der Politik formuliert werden. Und da würde ich aber sagen, da gibt es immer die Gefahr, dass dann genau die Rechte von Personen auch geschliffen werden. Ich habe noch eine andere Statistik hier, nämlich die Gesamtentwicklung der Straftaten 2023. Und da ist folgendes zu lesen. Vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 stiegen die Fallzahlen um 5,5 Prozent an. Von 5.628.584 Fällen in 2022 auf 5.949.667 Fälle in 2023. Ist der Rechtsstaat also nicht vielleicht doch ein bisschen schwächer geworden, wenn wir sehen, dass die Zahl der Kriminalfälle und Straftaten zunimmt? Naja, ich muss sagen, da kann man Kriminologen natürlich gut befragen, dass diese Statistiken auch immer so ein paar Probleme haben. Ja, also es geht dann oftmals darum, was wird überhaupt angezeigt? Ja, was landet überhaupt bei der Polizei? Welche Dunkelfelder haben wir, wo da nicht genau hingeschaut wird? Es geht aber auch um die Frage, ja, wo gerät die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden vielleicht auch unter Druck, um, ja, sozusagen stärker zu ermitteln? Und wir können ja beispielsweise sehen, ja, dann im Bereich Drogen gibt es auf einmal oder im Bereich Clankriminalität gibt es dann auf einmal die Erwartungshaltung der Politik, da jetzt aber bitte mal aufzuräumen, reinzugehen und da, ja, Fallzahlen zu produzieren. Auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass die Oberstaatsanwältin für die Cum-Ex-Fälle zurückgetreten ist, weil sie gesagt hat, reiche Menschen die das Gesetz brechen, den Wittmann nicht hab hat in Deutschland und dann kann man da auf einmal sehen, hm, ja, also in dem Bereich wird nicht besonders ordentlich gearbeitet oder da hat der Staat nicht so das Interesse, das zu verfolgen. unterbreche ich hier nur ungern, ich habe hier noch ein Buch von Ronen Steinke, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, ich habe es leider nicht geschafft mit ihm dazu zu sprechen und er ist ja auch ein sehr gefragter Journalist und Autor, aber ich empfehle das nochmal ganz, ganz hartnäckig. Genau. Also das, was zum Beispiel dem deutschen Staat, der Gesellschaft, der Allgemeinheit an Verlust beigebracht wird durch Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und, und, und ist um ein Vielfaches, Tausendfaches, Hundertfaches, Millionenfaches höher als das, was zum Beispiel durch Sozialstaatsbetrug passiert. Ja, also ich werde mal vielleicht die Statistik raussuchen und hier noch einblenden, aber das hat Frau Bohilka in ihrem Exklusivinterview mit WDR auch nochmal angesprochen, dass es hier eine Ungleichbehandlung dieser Fälle gibt, auch politisch, auch was den politischen Willen der Verfolgung solcher Fälle angeht und ich glaube, ein wenig herausgehört zu haben, dass das einer ihrer Gründe war, warum sie dann das Handtuch geworfen hat und das wollte ich hier bloß nochmal anbringen und sonst ja, das Buch von Roden Steinke und ich kann das auch nur nachdrücklich empfehlen von meinem Kollegen Roden, mit dem ich ja auch im Herausgeberkreis Recht gegen Rechts bin und er zeigt ja ganz wunderbar und das unterstützt die These ja auch, dass man könnte da ja auch mal sagen, ja, die volle Härte des Rechtsstaates gegenüber Wirtschaftskriminalität, ja, das wird dann ja sozusagen nicht gemacht an der Stelle und da sieht man schon sozusagen diese ja, Ungleichgewichtigkeit in der Debatte ganz eindeutig. Also, ein sozialer Rechtsstaat, der müsste ja explizit sich darauf auch verpflichten, das Sozialstaatsprinzip zu verwirklichen, ja, und wenn wir eben sehen, wie viele Menschen aus sozialer Prekarität vor den Gerichten landen, dann müssen wir da natürlich auch schon feststellen, dass der soziale Rechtsstaat auch in der Krise ist, ja, wenn Menschen dahin kommen, weil sie ohne Ticket gefahren sind, wenn sie ihre Energiekosten nicht bezahlen können, ja, das sind ja alles Momente, wo wir auf einmal mit dem Strafrecht drohen, das sind aber eigentlich soziale Probleme und die müsste man auch sozialpolitisch meines Erachtens adressieren. Ja, also der Rechtsstaat kann das Problem des ungerechter währenden Staates oder des mangelhaften Sozialstaates halt auch nicht lösen, ja. Also, was ich so verstehe, was den Rechtsstaat angeht, es werden Rechte und Gesetze gebrochen, die Menschen landen vor Gericht und wenn du arm bist, kannst du es dir nicht leisten, dich zu verteidigen und landest dann im Gefängnis. Das ist ja ungefähr auch das, was Ronen aufschreibt. Wer aber reich ist, kann es sich leisten, Schlupflöcher auszunutzen beziehungsweise Gerichtsverfahren in die Länge zu ziehen um Jahre oder vielleicht auch im Fall von Cum-Ex gab es ja da einen ganz berühmten Steuerberater, der einfach mal in die Schweiz abgetaucht ist. Also, da gibt es dann Mittel und Wege, sich der Justiz und dem Rechtsstaat zu entziehen und das ist dann schon sehr ungerecht, aber der einzelnen Richter oder den einzelnen Gerichten kann man das nicht mal zwangsweise zum Vorwurf machen, denn sie sind ja auch Teil der Judikative, die an unsere grundgesetzliche Ordnung gebunden sind und die sagt, hier sind die Gesetze, ihr müsst urteilen. Und der soziale Aspekt, Ja, der soziale Aspekt, den verstehe ich ja schon, aber ich würde den Gerichten noch nicht mal einen Vorwurf machen, es ist ein grundgesellschaftliches, strukturelles Problem. Auf jeden Fall, es ist ein strukturelles Problem, aber es zeigt sich ja in solchen Fällen, auch Gerichte könnten genauer Sachverhalte sich anschauen, beispielsweise, Gerichte könnten andere Erwägungen mit einfließen lassen. Es gibt da durchaus Ermessensspielräume, die auch Gerichte haben an der Stelle. Und du hast ja auch angesprochen, das ist ein ganz zentrales Essential des Rechtsstaates, Rechtsanwältinnen, ja, den Zugang zu Rechtsbeiständen, ja, also Recht, nur weil ich sozusagen auf dem Papier Recht habe, mir Grund- und Menschenrechte zustehen, heißt das noch lange nicht, dass die wirklich realisiert werden. Wenn ich an diesem ganzen Kampf im Recht teilnehmen will, brauche ich Leute, die die juristische Sprache beherrschen, die wissen, wie sie so einen Prozess machen können und dann brauche ich halt gute Anwältinnen. Und mit der Geschichte des Rechtsstaates entsteht ja auch die Anwaltschaft historisch gesehen und das heißt Rechtsanwältinnen sind ein ganz zentraler Motor, aber auch eine ganz zentrale Tür für Menschen zum Rechtsstaat. Und wir können ja durchaus beobachten, überall da, wo es so autoritäre Erosionsprozesse gibt, geraten auf einmal auch direkt Rechtsanwältinnen ins Visier. Also in der Türkei beispielsweise werden Rechtsanwältinnen auf einmal selber vor Gericht gestellt, in Ungarn werden sie kriminalisiert und wir haben glaube ich auch in Deutschland Debatten der Kriminalisierung. Ich will nur mal erinnern, das nenne ich auch an einer Stelle im Buch Alexander Dobrin von der CSU, der 2018 in einem Interview mit der BILD sagt, es gibt hier diese große Anti-Abschiebe-Industrie in Deutschland, die den Rechtsstaat sabotiert. Und was meint er damit eigentlich? Damit meint er eigentlich Flüchtlingshelferinnen, aber auch Rechtsbeistände, soziale Arbeit und auch Rechtsanwältinnen. Ja, eigentlich die Verteidigerinnen auch von Rechtsstaatlichkeit werden von ihm da als Saboteure des Rechtsstaates auf einmal geframed. Und da geht's ihm nicht um den Rechtsstaat an der Stelle, da geht's ihm darum, dass Abschiebungen einfach durchgesetzt werden sollen, ohne dass diese Rechtsanwältinnen lästig so ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Ja, und das ist aber eine Gefahr. Ja, das ist wirklich so eine Slippery Slope, wo wir schauen müssen, in welche Richtung rutscht das Ganze auf einmal. Wenn wir solche Grundelemente von Rechtsstaatlichkeit so offen in Frage stellen. An der Stelle würde ich mal gerne zu einem anderen schwachen Rechtsstaat kommen und kurz aus deinem Buch vorlesen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Nationalsozialisten hätten die Macht in Deutschland auf legalem Wege errungen. Sie hätten sich des geltenden Rechts bedient, um die Institutionen des Staates zu kapern. In dieser Erzählung schwingt mit, dass ein formales Recht ohne Gerechtigkeitsmaßstäbe nicht wehrhaft sei. Doch dabei handelt es sich um eine Positivismuslegende, die wiederholt widerlegt wurde. Tatsächlich entsprachen die zentralen Wegmarken der nationalsozialistischen Machtübernahme, die Reichstagsbrandverordnung und das Ermächtigungsgesetz nicht den Kriterien der Weimarer Verfassung und können nicht als legal bezeichnet werden. Sie kamen nur zustande, weil die Nationalsozialisten die formalen Verfahren des Rechtsstaates aushebelten und die wichtigsten Oppositionskräfte ausschalteten. Etliche KPD- und SPD-Abgeordnete befanden sich zum Zeitpunkt der parlamentarischen Debatten und Entscheidungen in Haft oder waren zur Flucht gezwungen worden. Das Narrativ der Wertungsgebundenheit und Wehrlosigkeit der Weimarer Republik verdeckt die politischen Entwicklungen und Kräfteverhältnisse der Republik. Also insofern das Untergraben der rechtlichen aber auch der gesellschaftlichen Normen, die nicht zwangsweise immer in Gesetz gebunden sind, ist an sich schon die Bedrohung des Rechtsstaates, dass es möglich macht, den Rechtsstaat auszuhebeln. Also liebe Grüße an Herrn Dobrindt. Ja, also an der Stelle, die du vorgelesen hast, da zitiere ich ja auch Kolleginnen von mir wie die Politikwissenschaftlerin Sarah Schulz, die das ganz wunderbar in ihrer Studie dargelegt hat. Es haben auch schon andere Denkerinnen wie Ingeborg Maus, Politikwissenschaftlerin oder Dieter Deiseroth, Jurist, bemerkt. Es gibt aber diese Legende in Deutschland, die sich hartnäckig hält. Irgendwie sind die Nationalsozialisten legal an die Macht gekommen und deswegen... Sie wurden ja gewählt. Sie wurden ja gewählt, genau. Sie wurden zwar nicht mit absoluter Mehrheit gewählt, aber sie wurden ja gewählt. Aber erstens mal muss man sagen, bevor die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, gab es ja schon auch Erosionen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus den konservativen, autoritären Eliten der Weimarer Republik hinaus. Also denken wir an die ganzen Notstandsgesetzgebungen unter den Reichskanzlern, Reichspräsidenten Papen Hindenburg beispielsweise, die eben auch schon so Wegmarken gelegt haben, wo die Nationalsozialisten durchaus anknüpfen konnten. Und als sie dann eben an die Macht kommen wollen, da beginnen sie halt genau die rechtsstaatlichen Sicherungsinstrumente sofort abzuschaffen. Also zuerst mal den ganzen politischen Prozess mit der Reichstagsbrandverordnung, die politischen Rechte, die politischen Grund- und Menschenrechte, die Essentials des Rechtsstaates, die werden ausgehebelt, die gelten dann nicht mehr, sondern da gelten dann die Notverordnungen, die die Nazis erlassen und dann ein paar, einen Monat später mit dem Ermächtigungsgesetz wird der Parlamentarismus ausgeschaltet. Und das muss man glaube ich sich auch nochmal ganz klar vergegenwärtigen, Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit gehören zusammen. Also Rechtsstaat bedeutet die Bindung der Regierung unter anderem an das vom Parlament gesetzte Recht. Also das, was parlamentarisch beschlossen und diskutiert wurde, dieses Recht, ja, das soll die Staatsapparate binden, ja, die Innenministerien, die Außenministerien, die Regierung. Und das passiert im nationalsozialistischen System nicht mehr, sondern das Parlament wird ausgeschaltet und im Endeffekt die gesamte Macht auf die Exekutive übertragen. Das ist es, was das NS-System ganz zentral zu einem Staat macht, der kein Rechtsstaat mehr ist. Welche Vordenker hatte denn da diese alte Rechte und finden wir in der neuen Rechten, und dann gehen wir noch ein bisschen Richtung AfD, Ähnlichkeiten, was die Definition beziehungsweise das Denken über den Rechtsstaat und Argumentieren über den Rechtsstaat angeht? Ja, ich glaube, das Interessante ist, man würde ja vielleicht sagen, die extreme Rechte oder die neue Rechte, die hat vielleicht mit Rechtsstaatlichkeit nicht so viel zu tun, das ist für die nicht so interessant, die benutzen nur diesen Topos, wir sind das Volk, ja, Viktor Orba mit seiner illiberalen Demokratie beispielsweise, oder Pegida, die dann sagen, ja, hier, wir sind die Verstrecker des Volkswillens, aber wenn wir mal genau hinschauen, ja, dann entdecken wir schon, dass es in den rechten Kreisen unterschiedlich nuanciert historisch immer wieder Debatten gab, sich diesen Rechtsstaatsbegriff auch anzueignen. So richtig an ihm vorbei kommt man nicht. Also auch in der Nazi-Zeit gibt es erregte intellektuelle Debatten, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Rechtsstaatsbegriff? Und Karl Schmidt, einer der großen Ideologen, ja, der auch bis heute neuen Rechten, damals NSDAP-Mitglied, der, das zitiere ich auch in meinem Buch, der schreibt sehr engagiert über die Frage, wie die Nazis, ja, sich eigentlich diesen Rechtsstaatsbegriff aneignen können oder ihn dann vielleicht doch irgendwie sein lassen, weil er nicht zur Ideologie passt. Aber es gibt diese Debatte der Aneignung und diese Debatten gibt es eben auch bis heute, ja, dass Akteuren aus der extremen Rechten oder der neuen Rechten bis heute sagen, ja, gerade bei der neuen Rechten, die ja immer versucht, auch die Begriffe umzudeuten und sich anzueignen, dass man dann sagt, ja, hier, wir sind auch die Rechtsstaatsverteidiger, ja, also die AfD stellt sich da hin und sagt, wir sind die wahre Rechtsstaatspartei, macht die große Kampagne, wir sind das Grundgesetz beispielsweise und schreibt sich das auf die Fahne, wenn man dann genau hinschaut, was meinen die damit eigentlich, dann meinen die auf einmal, was im Grundsatzprogramm steht, wir fordern einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag der Behörden, die jetzt endlich mal alles durchsetzen sollen, was ihnen eigentlich angeblich zusteht. Also, es gibt diese Aneignungsversuche, ja, aber ich glaube, dass es schon auch eben einerseits der Versuch mit diesen bürgerlichen Begriffen zu hantieren, man behauptet ja auch, man sei das Bürgertum, das heißt, man versucht sich da schon so ein bisschen einzuschreiben, ja, in so diese bürgerliche Debatte. Und dann gibt es aber auch noch zusätzlich Debatten, die darüber hinausgehen, wo man dann eigene Begrifflichkeiten entwickelt und in der neuen Rechten ist durchaus en vogue von einem Ordnungsstaat zu sprechen, ja, und der dann den alten Rechtsstaat ablösen soll. Und in diesem Ordnungsstaat, da geht es nicht mehr um Grund- und Menschenrechte, da geht es im Endeffekt um die vollkommen verselbstständigte Exekutive, die bindungslos, ohne Recht und Gesetz handeln darf, wie sie möchte, je nachdem welcher politische Wille herrscht. Also es geht hier praktisch bei der Umdeutung des Rechtsstaates, den du so beschreibst, eher darum, um Staat als um Recht. Genau. Ich hatte ja vorhin vorgelesen aus deinem Buch, dass es eigentlich im Prinzip von allen politischen Parteien kommt, in der Regel aber noch mehr von Parteien, die bereits an der Regierung sind und versuchen für die nächste Bundestagswahl oder Landtagswahl oder was auch immer, die Position zu verteidigen. Also irgendwie habe ich auch festgestellt, ist es nicht gut für irgendjemanden Innenminister oder Innenministerin zu sein. Also wenn du schon konservativ rechts warst, deinen Einstellungen entsprechend, ist es nicht gut für deine politische Einstellung dann in diesem Amt zu sein. Du wirst nur noch härter. Und härter ist das nette Wort dafür. Verleitet dieses Gewaltmonopol, das der Staat und dann entsprechend auch die politischen Verantwortlichen haben, ein bisschen dazu da Missbrauch von diesem Monopol zu betreiben. Denn wir wissen ja, jegliche Art von Monopol macht Missbrauch immer möglich. Und wir haben hier ein staatliches Gewaltmonopol, von dem jeder Politikwissenschaftler, jeder Staatsrechtler, jeder Verfassungsrechtler sagen würde, damit ganz vorsichtig umgehen. Und deswegen gibt es dieses Grundgesetz auch Artikel 1 bis 20 Schutz der individuellen Bürgerrechte gegen den Staat, gegen dieses Gewaltmonopol. Aber mir scheint, dass man dieses Gewaltmonopol als irgendwie Freibrief manchmal so empfindet, auf politischer Ebene. Was denkst du davon, also von dieser Einschätzung? Ja, ich finde Trista einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil er was ganz deutlich zeigt. Der Rechtsstaat ist jetzt nicht nur irgendwie bedroht von sozusagen autoritären Bestrebungen, die angeblich nur von außen kommen, sondern der Rechtsstaat hat immer systematisch eigentlich das Problem, dass er dieses Gewaltmonopol nicht vollständig einhegen und kontrollieren kann. Also mal ein Beispiel, wir haben eigentlich seit Jahrzehnten eine sehr etablierte Rechtsprechung zum Thema Versammlungsfreiheit. Ja, also, dass Versammlungen wirklich nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen überhaupt eingeschränkt werden dürfen. Es muss das Kooperationsgebot auch geben, der Polizei mit den Demonstrantinnen Es muss auch Spontan Demonstrationen geben nach dem Grundgesetz. Wir können ganz oft sehen, dass in der Realität die Versammlungsfreiheit ganz massiv ausgehöhlt wird. Ja, dass es Polizeikessel gibt, obwohl schon diverse Gerichte gesagt haben, unter diesen Bedingungen nicht. Dass Gefahren konstruiert werden von der Polizei, um irgendwelche Versammlungen einzuschränken. Dass Spontanversammlungen unterbunden werden, obwohl das Grundgesetz sagt, ja, ist möglich. Und da sehen wir, wenn die Exekutive und hier in dem Fall die Polizei ganz praktisch auf der Straße handelt, dann kann sie Tatsachen setzen. Dann werden Tatsachen geschaffen und klar kann dann mal ein Gericht im Nachhinein sagen, das war jetzt aber nicht richtig, was die Polizei da gemacht hat. Aber in dem konkreten Fall wurde dann die Versammlungsfreiheit der Menschen tatsächlich nachhaltig beschränkt. Und in dem Moment konnten sie ihre Meinung nicht, wie sie wollten, auf die Straße bringen. Und dann sehen wir ja, selbst wenn es dann ein Gerichtsurteil gibt, das sagt, so dürft ihr das nicht machen, liebe Polizei, macht man es im Zweifelsfall danach schon wieder. Also es gibt auch so eine Konsequenzlosigkeit oft für die Staatsapparate, wenn sie da den Rechtsstaat auch angreifen. Ja, es gibt so eine Konsequenzlosigkeit. Und ich glaube, das lädt dann doch sehr stark dazu ein, dieses Gewaltmonopol auch zu missbrauchen oder dass sich das von selbst verselbstständigt. Und da ist es auch nicht hilfreich, wenn in den letzten Jahren schärfere Sicherheitsgesetze oder Polizeigesetze geschaffen werden, wo den Behörden sogar noch mehr Befugnisse eingeräumt werden und nicht weniger. Das lädt eigentlich immer dazu ein, dass diese Apparate so ein bisschen ihre eigenen Interessen und Strategien auch verfolgen können. Das kann man aktuell ganz, ganz, ganz toll beobachten, also im negativen Sinne. Ich kann mich dunkel daran erinnern, es ist noch nicht ein paar Monate her, dass FDP-Mitglieder, ich glaube sogar, es war Kubicki, selber gefordert haben, das Versammlungsrecht allen Menschen zu entziehen, die nicht deutsche Staatsbürger sind. Beziehungsweise hat er dann aus dem Grundgesetz argumentiert und da steht folgendes, ich habe hier die Version Grundgesetz von Alexander Thiele im Reklamverlang zu erhalten, auch in den Shownotes zu finden. Artikel 8, Absatz 1, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Absatz 2 dann für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Und hier steht ja alle Deutschen. Das heißt, Kubicki meinte, also hier steht alle Deutschen, das heißt, alle anderen dürfen nicht. Ja, in allen Absatz 2, ja, alle Versammlungsgesetze der Länder erlauben, jedem, jedermann, jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungsfreiheit. Mal abgesehen davon, dass das Bundesverfassungsgericht das ebenfalls schon längst festgestellt hat. Das heißt, ein Versammlungsverbot für zum Beispiel Ausländer kann es gar nicht geben. Ja, also das würde auch das Bundesverfassungsgericht erstaunlich schnell kassieren. Ja, also das ist, wenn ich da vielleicht kurz was sagen darf, so eine auch sehr nationalstaatliche Interpretation an der Stelle von Kubicki und Co. da wird total vergessen. Wir haben auch noch europäische Grundrechte, in der europäischen Grundrechtecharta, in der europäischen Menschenrechtskonvention, wo Versammlungsfreiheit garantiert wird, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Und wir haben auch Landesverfassungen, die durchaus auch an vielen Stellen diese Differenzierung nach deutschen Grundrechten überhaupt nicht mitmachen, die das Grundgesetz da zieht. Da muss man auch sagen, diese deutschen Grundrechte des Grundgesetzes, die haben auch so eine gewisse Kolonialgeschichte, die immer so ein bisschen vergessen wird. Da kann ich auf Arbeiten von meinem Kollegen Andreas Fischer-Escano verweisen, der sich das mal genauer angeschaut hat. Aber im Endeffekt hat das nicht so die ganz große Bedeutung. Es gibt eben auch noch Menschenrechte und europäische Grundrechte, die da eben natürlich auch Versammlungen erlauben. Was ich ja so jeck finde, ist, dass Kubicki halt von der FDP kommt und das einzig Gute, was sich der FDP noch einigermaßen anrechnen konnte, war, dass sie sich tatsächlich noch für Bürgerrechte interessiert haben und Bürger- und Menschenrechte. Und die Tatsache, dass Kubicki und die FDP dann entsprechend so weit abdriften und meinen, so ein Menschenrecht, ein grundsätzliches Menschenrecht entziehen zu dürfen, aufgrund von Staatsangehörigkeit, wo man ja auch bedenken muss, dass wir mittlerweile eine Gesellschaft sind mit mindestens 20 bis 22 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir Menschen haben, die in Kommunen leben, dort arbeiten, dort Steuern zahlen, dort auch wählen dürfen, wenn zum Beispiel Europawahl sind oder wenn Kommunalwahlen sind. Aber die Kubicki dann sagen will, also ihr zahlt Steuern, ganz toll, aber Versammlungsrecht, nee mal, das wird gestrichen. Also das passt ja dann auch hinten und vorne nicht zusammen. Wenn ich das mal so ein bisschen politikwissenschaftlich beobachten darf, da sieht man ja auch eine Veränderung im Parteienspektrum. Also die FDP traditionell, ja auch eine Bürgerinnenrechtspartei, die kurzen Namen damit verbunden werden, ja Gerhard Baum, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die auch vor das Bundesverfassungsgericht aufgezogen sind, ja und Grundrechte eingeklagt haben. Wenn man sich die Entwicklung der FDP anschaut, kann man glaube ich schon feststellen, dass sich in den letzten Jahren so ein nationaler Wirtschaftsflügel rund um Christian Lindner, der ja auch sehr viel Machtmonopolisiert hat in der Partei, so sehr stark durchgesetzt hat. Es gibt auch immer noch durchaus Stimmen, ja aus der FDP, die so einen Bürgerrechtsliberalismus versuchen hochzuhalten. Zum Beispiel so ein Abgeordneter wie Konstantin Kuhle im Bundestag, der dann auch sagt, ja er ist eben explizit gegen, ja so Law and Order-Ansätze beispielsweise. Also die gibt es durchaus, aber sie sind definitiv weniger geworden in der FDP. Und ja, man besinnt sich eigentlich fast eher, wenn es um die Verteidigung des Rechtsstaats geht, dann um diese ganz, ganz ursprüngliche Funktion einmal, nämlich um den Schutz des Eigentumsrechts. Ja, aber so müssen andere Grund- und Menschenrechte stehen nicht mehr so stark im Fokus. Und wir können das aber zugleich auch beobachten bei der Grünen-Partei, die ja mal, als man schon gesehen hat, bei der FDP gerät das so ein bisschen was ins Erogieren, Anfang der 2010er-Jahre mal gesagt hat, wir sind die neue Freiheitspartei. Und dann gesagt haben, wir treten jetzt dieses Erbe an, das Bürger in Rechtsliberalismus. Und auch da, würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen stark verschoben in den letzten Jahren. In den letzten Jahren ist vor allem seit 2021. Seitdem sie in der Regierung sind, spielen diese Verteidigung von Grund- und Menschenrechten nicht mehr so eine hervorgehobene Rolle. Das konnten wir sehen bei dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Das konnten wir sehen bei der Reaktion auch auf die Klimabewegung mit mehr und mehr. Genau, genau. Da geht es ja auch um Freiheit. Genau, auf jeden Fall. Wir können es an vielen Stellen sehen, dass da auch grüne Politikerinnen in Regierungsverantwortung, Law and Order, durchaus mittragen. Auch da gibt es in der Grünen Partei immer noch Stimmen aus einem Bürgerinnenrechtsliberalismus. Aber mit Hans-Christian Ströbel ist da auch eine zentrale Figur verstorben, der diese Fahne auch noch so stark hochgehalten hat. Ich würde schon sagen, man sieht da so ein bisschen auch so eine Bonner Republik alter Rechtsstaatsprägung so ein bisschen wegsterben. Und in der Berliner Republik haben diese Fragen nicht so die ganz große Relevanz. Es gibt ja auch eine Krise der Bürgerinnenrechtsbewegung in Deutschland, die immer ganz wichtig war bei der Erkämpfung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in der Datenschutzrechte. Da ist ja auch so ein bisschen was weggebrochen. Wie viele Menschen sind noch vor ein paar Jahren auf die Straße gegangen gegen die Vorratsdatenspeicherung? Das hat sich auch irgendwie alles sehr ausdiffundiert. Also ich glaube, das ist so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Wo diese rechtsstaatlichen Komponenten nicht mehr so stark zählen. Also ich würde ja sagen, das ist so generell so eine Entwicklung vor allem seit Corona, seit 2020. Nicht, dass ich es nicht gut finde, wenn man mit aller Härte des Gesetzes gegen Reichsbürger vorgeht oder gegen Corona-Leugner, ja, die, sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn der Rechtsstaat dann mal tätig wird. Weil vor allem bei den Reichsbürgern habe ich so generell das Gefühl gehabt, dass man da ganz schön geschlafen hat auf politischer Ebene. Also finde ich es ganz gut, dass da mal eingegriffen wird. Aber seit 2020 ist so zu beobachten, auf der einen Seite haben wir eine Regierung, die sagt, wir sind progressiv, ja, wir sind die Zukunftskoalition, wir machen ein Selbstbestimmungsrecht und Gesetz, jetzt erst vor kurzem durch den Bundestag gegangen, ist alles super. also jedem, das, was er will, ja, und seine persönliche Selbstentfaltung und so. Aber auf der anderen Seite, alles das, was auch nur in gewisser ansatzweise kontroverse Meinungsäußerung sein könnte oder mit der man sich politisch auseinandersetzen müsste und grundsätzliche Fragen stellen müsste, wird wirklich mit Polizeigewalt reagiert, ja, also zum Beispiel die Räumung dieses Protests kämpft vor dem Bundestag, jetzt vor zwei Tagen oder so, dann dieser Palästinenser-Kongress, das kann man ja inhaltlich alles ablehnen. Nur die Frage ist, ist da der Rechtsstaat wirklich tätig geworden oder ist das der Staat, der mit politischen Interessen vorgegangen ist, ja, und ich finde es durchaus in Ordnung, solche Veranstaltungen mit dem Rechtsstaat dann auch zu unterbinden. Aber das setzt voraus, dass es wirklich auf Grundlage von strafrechtlichen Vorkommnissen ist, wo der Rechtsstaat dann tätig wird. Und dieses Gefühl habe ich ja nicht. Und das lässt mich ein bisschen mulmig zurück. Also ist es jetzt eine Willkür, der man teilweise ausgesetzt wird, wenn die politische Ebene sagt, also das gefällt uns nicht. Da kriegt ihr jetzt ein Einreiseverbot, wie zum Beispiel Janis Varoufakis und ein Betätigungsverbot in Deutschland, auch digitale Zuschaltungen sind, die ihr untersagt und solche Späßchen. und ich weiß nicht ganz genau, ob das so die Entwicklung ist oder die Vorbilder, die man so haben möchte in der jetzigen Zeit, wo ich sehe, dass durchaus so Rechtspopulisten weiterhin eine Bedrohung sind. Also die AfD aktuell eher so im Abschwung begriffen, ja, aber die Gefahr ist nicht gebannt. und wenn die erstmal an der Macht sind, dann können sie sagen, ja, das habt ihr uns aber schön hier vorgelegt, jetzt machen wir mal unsere Idee von Rechtsstaat. Und das lässt mich wirklich an der ganzen Situation, wie aktuell politisch Rechtsstaat so auch interpretiert wird, wie du es ja beschreibst, mit keinem guten Gefühl zurück, um ehrlich zu sein. Weil von den Demokraten erwarte, also von den Demokraten in einer Demokratie erwarte ich halt mehr. Was soll ich denn die AfD-Heinis verurteilen oder über die schimpfen? Das ist doch alles klar. Ich erwarte von meinen Demokraten mehr. Ja, also der Clou des Rechtsstaats ist ja, dass der Rechtsstaat auch seinen Feindenrechte zugesteht. Ja, also das unterscheidet ihn ja von anderen dann nur sozusagen politisch interessensgeleiteten Staatsformen. Auch diejenigen, die diese staatliche Ordnung und eben auch diese rechtsstaatliche Ordnung ablehnen, die haben trotzdem eine Gleichheit vor dem Gesetz. Ja, die müssen eben auch behandelt werden auf eine rechtsstaatskonforme Art und Weise. Das ist der erste Clou. Das heißt, wir können da sehen, dass das ins Rutschen gekommen ist und nicht erst seit jetzt. Ja, also das ist eigentlich so eine Entwicklung, die haben wir schon ganz lange, die wir beobachten können, schon sozusagen auch im Umgang mit islamistischen Terroristen. Ja, dass da auch eben schon im Westen, im globalen Norden es da schon Erosionsprozesse gab. Aber ich gebe dir auf jeden Fall insofern recht, was diese Problembeschreibung angeht. Gerade autoritäre Akteure haben es ganz einfach, wenn schon viel eingerissen wurde. Also Donald Trump hat in den USA gesagt, als er die Abschiebungen an der mexikanischen Grenze da nochmal verschärft hat, hat er gesagt, gesagt, nun ja, ich mache doch nur das, was Obama schon in Gesetzesform gegossen hatte. Und das ist natürlich so ein Punkt. Also die Demokratie geht eigentlich von so einem stillen General Agreement aus. Irgendwie werden sich doch schon alle Demokratinnen so ein bisschen an die Spielregeln halten. Und selbst wenn wir Gesetze haben, die viel ermöglichen, die bei den Gesetzen im Aufenthaltsgesetz, im Asylgesetz, im Polizeigesetz, wenn da Normen reingeschrieben werden, die den Ausländerbehörden sehr viel ermöglichen, die den Polizeibehörden sehr viel ermöglichen, es gibt doch immer so ein bisschen so die Annahme in der demokratischen Mitte, ja so ganz ausreizend wird das die Verwaltung ja schon nicht. Das wird schon alles irgendwie verhältnismäßig und grundrechtsschonend passieren. Das ist ja nicht die Aufgabe von Verwaltung, das zu prüfen. Die Aufgabe von Verwaltung ist umzusetzen. Genau, aber es gibt ja Ermessensspielräume. Ja, es gibt Ermessensspielräume, nur das Problem ist, erst mal haben wir es da mit Menschen zu tun, die auch mal übers Ziel hinausschießen. Natürlich. Die politische Ebene, die Legislative müssen die Normen und Regeln festsetzen, weil Ermessen ist ein Graubereich und Graubereiche sind für Verwaltung ganz, ganz schlecht. Vor allem für solche Verwaltungsinstitutionen wie die Polizei. Weil die schießen ganz, ganz schnell übers Ziel hinaus. Ich habe hier ein Zitat aus deinem Buch von Helmut Schmidt. Da geht es aus 1975, da geht es um den Kampf gegen die RAF und um den Terror während des deutschen Herbstes und da sagt er, Zitat, wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, der muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was im Rechtsstaat erlaubt ist. Okay. Durchaus nachvollziehbar, aber die Situation von Helmut Schmidt war tatsächlich eine Terrororganisation im eigenen Land. Das ist noch eine ganz andere Situation, als zum Beispiel gegen ein paar Fußball-Hooligans vorzugehen. oder ein paar demonstrierende Schülerinnen und Schüler, die auf der Straße sitzen oder Leute, die sich pro-Palästina äußern wollen oder von mir aus auch pro-Hamas und irgendwo auf dem Rasen sitzen. Also das kann man alles verurteilen, aber das ist eine ganz andere Ebene als zum Beispiel Terror durch die RAF erstmal. Und dann ist wirklich die Frage, das kann er als Politiker sagen und als Kanzler in der Regierung. Nur das Problem ist, andere Leute setzen das ja dann um. Und diese Grenze ist, ein schmaler Grat und man ist schnell drüber. Und wenn man hofft, also wenn das Einzige, was diesen schmalen Grat schützt, die Hoffnung ist, dass auch schon alles gut gehen wird, dann kann man ja nur heilfroh sein, dass alles gut gegangen ist während des deutschen Herbstes. Also es kann in einer anderen Situation schon ganz, ganz anders kippen. Also da würde ich wirklich vorsichtig sein. Man sollte der Verwaltung auch keine Graubereiche überlassen, vor allem dann, wenn es um den Ausgleich zwischen Schutz von Menschen und Bürgerrechten geht und tatsächlich dieser Order-Herstellung. Weil gerade die Polizei ist nicht dazu da, Rundrechte an sich zu schützen, sondern erstmal Ordnung herzustellen. Ja, und das werden sie vormal dann auch tun. Und es wird öfters dann mal zu Situationen kommen, vielleicht nicht, weil die Personen das irgendwie wollen oder so, sondern weil man als Polizist in der Situation ist und dann über das Ziel hinaus schießt. Und dann muss das aber auch verfolgt werden. Und auch da sehen wir ja auch in deinem Buch, ist nicht zwangsweise der Rechtsstaat dann dann, um den Bruch des Rechtsstaates zu verteidigen. Genau, also das ist auch ein ganz großes Pädagogie von mir, ja, also was du so beschreibst, also dass dann eben auch auf einmal Gesetze in die Welt gesetzt werden, mit denen man viel machen kann. Also ein Beispiel, ja, also diesen ganzen Umgang mit der letzten Generation, der Präventiv-Gewahrsam, den es im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz gibt, da hat man bei den politischen Debatten damals versprochen, da geht es ja eigentlich nur um islamistischen Terrorismus und da gab es diese Klima-RF-Debatte und auf einmal hat man so eine politische, rhetorische Grundlage gefunden und dann auch einmal diese Bestimmung uminterpretiert und gesagt, jetzt machen wir das auch sozusagen für diese Fälle. Ja, und das ist so ein Beispiel, ja, wenn Rechtsgrundlagen geschaffen werden, die so unbestimmt sind, die so viele Ermessensspielräume offen lassen, dass die dann auch eben entsprechend genutzt werden können. Und das ist ein großer Aufruf, den ich am Ende des Buches auch nochmal an einer Stelle mache, dass ich sage, zu einem guten Rechtsstaat gehört auch eine gute Gesetzgebung. Ja, ein Gesetzgeber, der sich genaue Vorstellungen reflektiert davon macht, was macht er da eigentlich, ja, und wie schreibt er das Gesetz so, dass eben genau diese Graubereiche möglichst ausgeschaltet werden und wegretuschiert werden. Da kann man mir vorwerfen, ist das nicht, Max, so ein, ja, gesetztes Idealismus oder so ein naives Verständnis von Recht. Aber ich würde auch sagen, gerade aus einer progressiven Perspektive, da zitiere ich gerne den kritischen Staatsrechtler Nikos Pulanzas, der mal gesagt hat, die formalen Freiheiten lernt man erst wirklich zu schätzen, wenn sie eingenommen werden. Und sozusagen, dass wir so eine Ebene haben von der Rechtsstaatlichkeit ist auch ganz entscheidend überhaupt für politische Handelsfähigkeit. Das sehen wir bei der letzten Generation. Wenn da was wegrutscht, dann können diese Proteste auf einmal nach gut dünken irgendwie aufgelöst werden und Menschen da irgendwie in Präventivgewahrsam gebracht werden, obwohl das möglicherweise absolut uns verhältnismäßig ist. Und das heißt, gerade in so einem autoritären Zeitalter, wie wir das gerade haben, muss eine demokratische Gesetzgebung ganz massiv darauf achten, keine Rechtsgrundlagen zu schaffen, die später korrumpiert und missbraucht werden können. Und ich habe das Gefühl, diese Debatte ist überhaupt nicht da. Es werden Gesetze produziert im Alltempo, ohne ganz genau zu gucken, was schafft man hier eigentlich für Rechtsgrundlagen und wie sind die irgendwie uminterpretiert worden. Ja, weil das kann man dann auch so politisch immer gerne gegenargumentieren. Also das sieht man zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung. Dann sagt man, naja, das ist gegen Kinderpornografie. Argumentier mal dagegen. Ach, du stehst auf Kinderpornografie? Ja, ich habe. Oder argumentier mal, also das mit der Palästinenser-Kongress, das ist vielleicht nicht alles so top gelaufen. Und wie sieht es denn da eigentlich aus mit dem Betätigungsverbot für Yannis Varoufakis? Wer hat denn das so gemacht und so? Absolute Intransparenz. Absolute Intransparenz. Und irgendwie ein staatliches Handeln, das ich eher aus dem Film Minority Report kenne, also Bestrafung vor einer Straftat, als von einem Rechtsstaat zu erwarten wäre. Wobei Yannis Varoufakis jetzt nicht gerade ein, also wenn es ein Terrorist wäre, könnte ich das noch nachvollziehen. Also wenn wirklich Gefahrenverzug ist, kann ich nachvollziehen, dass der Staat eingreift vor, was passiert. Yannis Varoufakis ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass er so terroristische Anwandlungen hat. Also auch hier immer die Frage, also wie weit übers Ziel schießt der Staat hier eigentlich gerade hinaus? Und der schießt Jan schön weit hinaus. Mit immer dem Argument, naja, also das sind so alles inhaltlich fragwürdige Äußerungen und die sind moralisch auch verwerflich, ja, verstehe ich vollkommen. Ich lehne das auch alles Inhaltlichen ab, ja. Aber so als Verteidigerin der freiheitlich-demokratischen Grundordnung habe ich Fragen, lieber Staat. Ich habe erhebliche Fragen und erhebliche Probleme, dass die Politiker, die immer mal ankommen und sagen, wir müssen nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen, diese so Stückchen für Stückchen ein wenig angreifen und das vielleicht auch gar nicht mitbekommen und vielleicht nicht mit Absicht machen, aber sie tun es. Und das macht die Verteidigung genau dieser, dann später, wenn wir wirklich autoritäre Bestrebungen an der Macht haben, nur noch schwerer. Also das war nochmal mein 50 Cent dazu. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer? Vielleicht da dein Buch sich ja viel mit der Umdeutung des Rechtsstaates beschäftigt. Welche Rechtsstaats Definition brauchen wir denn eigentlich nach dir? Ja, also ein sehr bekannter Bundesverfassungsrichter, Ernst Wolfgang Böckenförder, hat mal gesagt, der Rechtsstaat zielte stets auf die Begrenzung und Eingrenzung staatlicher Macht und es geht da um die Rechte des Einzelnen, auch gegen den Staat. Und ich würde da einfach gerne wirklich dazu aufrufen, dass wenn man mal das nächste Mal die Zeitung aufschlägt und jemand sagt, hier die volle Härte des Rechtsstaates wird gefordert, dass man sich da irgendwie nicht Kirre machen lässt von so einer Debatte, sondern einmal kurz zurücktritt und sagt, was heißt das eigentlich ganz genau? Und da geht es dann eben nicht um die Einhaltung von Grund- und Menschenrechten, sondern um mehr Polizei und mehr Strafgesetze. Und ich glaube, es würde gut, wir wären alle gut beraten, wenn wir uns ein bisschen mehr darauf besinnen würden, dass eine rechtsstaatliche Verfasstheit ein ganz zentrales Element ist, des gesellschaftlichen Zusammenlebens und wir gesellschaftliche Probleme vielleicht nicht immer nur über den starken Staat lösen sollten, zumindest nicht den starken strafenden Staat. Der Staat könnte ja auch mal im Sinne eines sozialen Rechtsstaates sozialpolitische Antworten liefern als das, was bisher so gang und liebe ist. Sehr schön, Max. Schön, dass du da warst. Danke. Und ich freue mich schon auf nächste Werke von dir, Untersuchungen. Mal sehen, was denn da kommt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Feiertag und vielleicht sieht und hört man sich mal wieder. Bis dann. Tschüssi. Gleichfalls. Bis dann. Warte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020